Hallo, ich befinde mich hier gerade auf dem Firmengelände der Firma Suez in Nölbronn. Hier entsteht eine Wertstoffsortieranlage und wir machen hier ein aufbaubegleitendes Filmen. Wie es hier aussieht und was hier gerade passiert, das zeige ich euch jetzt. Ich bin ein Firmengelände der Firma Suez in Nölbronn. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Wenn auch euer Firma Interesse hat an Social Media, an bewegten Bildern, besucht unsere Homepage, schaut auf Instagram, Facebook, ich freue mich von euch zu hören. Bis bald, euer Jens Uwe. Bis bald, euer Jens Uwe. Bis bald, euer Jens Uwe.